Wie läuft eigentlich ein Sprachtest ab? Moin und herzlich willkommen bei Langer Hörgeräte, dem Fitnessstudio für Ihre Ohren. Letzte Woche haben wir Ihnen gezeigt, wie ein Hörtest zur Ermittlung von Hör- und Unbehaglichkeitsschwellen gemacht wird. Heute im zweiten Teil setzen wir unsere Messung fort und machen eine Sprachmessung. Und genau wie in der letzten Woche brauchen wir dafür drei Dinge. Den Profi, das Messgerät und natürlich den Probanden. Herr Brunken, vielen Dank, dass Sie sich auch heute bereit erklärt haben, uns Ihre Ohren zur Verfügung zu stellen. Ja, sehr gerne, Herr Brunken, es ist mir doch ein Vergnügen nochmal hier sein zu dürfen. Also, ich setze Ihnen gleich den Kopfhörer auf und Sie hören zweistellige Zahlen. Diese Zahlen sind sehr leise, aber versuchen Sie sie trotzdem so gut Sie können nachzusprechen. Haben Sie alles soweit verstanden? Alles verstanden. Kann losgehen. Gut, dann beginnen wir auf der rechten Seite und ich sage Ihnen Bescheid, wenn wir auf die linke Seite wechseln. Los geht's! Hier sehen wir nun also wieder unser Messmodul und das sieht heute ein bisschen anders aus, denn das Messmodul für die Sprache ist natürlich anders aufgebaut als für die Töne. Hier oben sehen wir jetzt schon, wie die Zahlen sich langsam grün und rot verfärben. Grün war ein richtiger, rot war eine falsche Antwort und demnach füllt sich dann jetzt so langsam unser Diagramm mit Daten. In der nächsten Messung möchten wir nun ähnlich wie letzte Woche bei den lauten Tönen feststellen, wann Ihnen die Lautstärke unangenehm ist. Sie hören noch einmal Zahlen, die Sie diesmal nicht nachsprechen müssen. Zahl für Zahl wird die Lautstärke angehoben und Sie sagen mir bitte, wenn es Ihnen unangenehm ist. Wir beginnen rechts und wenn wir die Seite wechseln, sage ich Ihnen natürlich wieder Bescheid. Kann es losgehen? Ja, ich bin bereit. In dieser Messung wollen wir, wie bei den Tönen letzte Woche auch schon wieder die Unbehaglichkeitsschwelle feststellen, was uns nachher dabei hilft, den Dynamikbereich des Sprachverstehens festzulegen. Also wo fängt man an zu hören und wo ist es dann eben unangenehm. Dazwischen befindet sich die Sprachdynamik und die ist wichtig für uns. Nun kommen wir zum letzten Teil der Sprachmessung. Sie hören gleich einsilbige Wörter. Ich bitte Sie, die Wörter wieder nachzusprechen und raten ist auf jeden Fall erlaubt. Auch wenn Sie nur einen Teil des Wortes verstanden haben, wiederholen Sie alles, was Sie hören. Immer nach 20 Wörtern wird die Lautstärke erhöht, um zu sehen, ob Ihr Sprachverstehen mit steigender Lautstärke besser wird. Wir beginnen wieder rechts und wenn wir wechseln, sage ich natürlich Bescheid. Diese Messung ist für uns besonders wichtig, denn sie zeigt uns Ihr maximales Sprachverstehen. Das maximale Sprachverstehen ist für uns besonders wichtig, denn das ist der Wert, den wir später auch mit dem Hörgerät erreichen möchten, um Ihnen ein optimales Sprachverstehen zu gewährleisten. Geschafft, Herr Brunken. Das war eine komplette Hörmessung, wie Sie einen Ohrenarzt oder wir als Hörakustiker durchführen würde. Ich bedanke mich für Ihr Mitwirken und vielleicht sehen wir uns ja nochmal für ein anderes Video. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde mich natürlich freuen, Sie nochmal unterstützen zu dürfen. Bis dahin sage ich auch zu Ihnen, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann gerne einen Kommentar da lassen, ein Like natürlich auch und die Glocke betätigen, damit Ihnen in Zukunft nichts mehr von unserem Kanal entgeht. Aber am allerwichtigsten ist, da oben den Abonnement-Button klicken. Und wenn Sie wissen wollen, was wir letzte Woche hier gemacht haben, nämlich Teil 1 der Messung, dann geht's da lang. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie hörfit. Musik Musik